Der Frühling ist da und mit ihm kommen neue Limited Editions in die Drogerie und ich habe die neue Secret Garden LE von Catrice für euch und wir werden schauen, sind die Produkte wirklich gut, denn Teile dieser Kollektion gehen jetzt schon völlig viral auf Social Media und ihr kennt mich, ich probiere die Sachen für euch, damit ihr nur die Dinge kauft, die wirklich gut sind und heute haben wir eine Menge vor. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Es hat jetzt für mich ein paar Tage gedauert, die Produkte zu finden und zu kaufen, aber ich habe die komplette Theke, also nicht die, ja, ich habe die komplette Catrice Theke gekauft, nein, ich habe den kompletten Aufsteller, also jedes Produkt einmal gekauft. Wir haben Pinsel, wir haben ein Face Serum, wir haben drei Lippenstifte, drei Lippenöle und das hier und das ist das spannendste Produkt für mich bis jetzt aus der Kollektion und wir werden schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt eine wunderschöne beginnende Woche hinter euch. Bei mir war es recht ruhig, aber nichtsdestotrotz möchte ich mit euch jetzt direkt anfangen. Ihr seht das, ich sehe richtig schön frisch aus. Wir starten mit dem ersten Produkt und das ist ein Face Serum. Das soll mit Hyaluronsäure und Glycerin sein und ein Gesichtsserum sein. Packaging sieht sehr, sehr cool aus. Es erinnert mich so ein bisschen, es gab das, glaube ich, schon mal so oder so ähnlich in den Disney-Kollektionen und das ist jetzt hier mit so lilafarbenen Blüten. Ich muss sagen, ich mag das Design sehr gerne. Ich liebe dieses, dieses zarte Flieder. Es ist eine wunderschöne Farbe und gibt mir ein richtig schönes Frühlingsgefühl. Die Schriftart Face Serum und man soll die Augen und den Mundbereich ausspannen. Es ist sehr, sehr schwer. Also das ist Glas und ihr habt hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, einen richtig dicken Glasboden. Also das wiegt bestimmt 100 Gramm auf jeden Fall. Wir probieren es einmal aus. Es kommt mit einer Pipette und ich weiß jetzt, warte mal, guck mal. Da habe ich jetzt hier so eine kleine Blume. Kommt die mit raus? Ist das eine echte Blume? Nee. Ach, ist ja verrückt. Ich dachte wirklich, das sind entweder Plastikblüten oder so Stoffseidenblüten, aber die brechen auf. Also du kannst die wirklich benutzen. Ich kann jetzt keinen Duft wahrnehmen und arbeite mir das Ganze mit meinem eigenen Pinsel einmal ein, einfach um so ein bisschen mehr Kontrolle über das Produkt zu haben. Ich presse mir damit die Seren auch immer sehr, sehr gerne in die Haut ein, weil ich das Gefühl habe, dadurch kriege ich einfach noch ein besseres Ergebnis und habe nicht alles in meinen Fingern, sondern im Pinsel. Übrigens in meiner Webseite gibt es die Pinsel gerade auch mit dem Code Spring 10 10% reduziert. Ich bin froh, dass es nicht riecht, aber ich muss dazu sagen, viele Brands lassen mittlerweile auch die Duftstoffe raus. Wie gesagt, mich stört es nicht, aber viele stört es. Es fühlt sich sehr, sehr kühlend an. Es ist sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Und ich bin natürlich auch gerade ziemlich tanned, aber ich mag das ganz gerne. Es ist sehr, 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 sehr wässrig. Ähnlich wie ein klassisches Hyaluronsäureserum. Ich hatte damals von... Achso, man soll den Mundbereich aussparen. Ich hatte das damals aus der Disney LA nicht gekauft oder auch nie getestet. Deswegen bin ich gerade ziemlich begeistert. Ich muss sagen, ich mag die Skincare-Produkte von Catrice wirklich, wirklich gerne, weil sie sehr minimalistisch sind, aber trotzdem effektiv. Und hier sieht die Haut auch im direkten Vergleich sehr viel praller und voller aus. Wir lassen das mal kurz auf meine Haut. Ich mache die andere Seite auch noch. Ihr habt hier 35 Milliliter drin. Das ist 5 Milliliter mehr als in einer klassischen... Oh, falscher Pinsel. 5 Milliliter mehr als in einer klassischen Foundation. Und ich bin sehr froh, dass das keine Plastikblumen sind, sondern Blüten, die sich zersetzen, wenn man sie so ein bisschen einreibt. Vielleicht habt ihr die LE ja schon entdeckt. Ich bin ja ein großer... Ihr kennt mich. Ich bin ein großer Freund von LEs. Mir ist aber eine Sache aufgefallen. Vielleicht täuscht es aber auch nur, liegt in einer Jahreszeit oder weil ich einfach so verwirrt bin. Ich habe das Gefühl gehabt, im Vergleich zu vielleicht vor drei Jahren, dass die Abstände der LEs, also der Make-up LEs, größer werden. Es gibt zwischendurch immer mal so eine LE, wie jetzt die letzte war mit Nagellacken. Dann gab es mal eine, da waren nur Tools mit dabei. Und ich finde das ehrlich gesagt, für mich persönlich als Beauty-YouTuber ist es doof, aber allgemein gesehen ist das eine sehr, sehr gute Sache, weil wir viele, viele Produkte hatten, die sehr schnelllebig waren. Und man kam kaum hinterher mit den LEs. Und hier haben wir eigentlich nur ein Produkt, was so ein Dauerbrenner ist. Der Rest ist ein Verbrauchsprodukt, in Anführungszeichen, wie beispielsweise diese Lippenöle. Irgendwann sind die leer und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die leer sind, weil ein Lippenöl gibt es immer wieder. Der Primer fühlt sich sehr gut an. Er wird tatsache so ein Stückchen klebrig auf der Haut. Ich mag das sehr, sehr gerne. Deswegen würde ich jetzt einmal kurz ein bisschen Foundation drauf machen und wollte dafür aber diesen Pinsel hier benutzen. Den gab es nämlich auch in der LE. Das ist der Limited Edition Secret Garden Blush und Highlighter Brush Under the Rose. Der sieht einmal so aus, fühlt sich sehr gut an. Dieser Blumenprint fühlt sich an wie Kunstleder. Hat auch so eine leichte Lederoptik. Also er fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. Eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mache im Moment, ist mein Make-up mit Puderpinseln auftragen. Weil ich das Gefühl habe, dass die Deckkraft dadurch ein bisschen leichter wird und das Finish eher geairbrushed aussieht. Dafür mische ich mir einfach eine Foundation und einen Luminizer, sodass es farblich ein bisschen besser passt. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen mehr Luminizer. Ich habe natürlich ein bisschen mit dem Self-Tan gestern übertrieben, aber das ist okay. Ja, so sieht das passend aus. Das Schöne an dem Primer ist, dass er auf der Haut wirklich wie so ein Wet-Film hinterlässt. Erinnert mich so ein bisschen an diesen Nabler-Primer vom Finish. Und ich arbeite mir jetzt einfach mal die Foundation mit diesem Pinsel ein. Und ich muss sagen, ja, das nimmt natürlich so ein bisschen Deckkraft raus. Aber es sieht dadurch viel, viel, viel leichter aus und ihr habt nicht so viel Druck drauf. Dadurch habt ihr einfach eine gleichmäßige Abgabe vom Produkt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde jetzt nicht so einen großen Puderpinsel nehmen, sondern schon ein bisschen was Kleineres mit ein bisschen kürzeren Pinselhaaren. Dadurch habt ihr einfach ein viel, viel besseres Ergebnis. Und die Oberfläche sollte ein bisschen gerade abgeschnitten sein, so wie hier. Und am Anschluss gehe ich einfach mit einem Schwamm über mein Gesicht, passend zu der Kollektion. Falls ihr hier neu seid und euch für Limited Editions aus der Drogerie oder generell Make-Up aus der Drogerie interessiert, abonniert unbedingt den Kanal. Ich lade dreimal die Woche hoch. Seit fast fünf Jahren dreimal die Woche mindestens. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach zur Familie dazugehören würdet. So seht ihr jetzt das Finish auch nochmal. Es sieht sehr, sehr natürlich aus. Eine Sache ist mir aufgefallen von diesem Primer. Wenn du eine Blüte hast, die du nicht richtig eingearbeitet hast, dann klumpft natürlich das Make-Up da. Nimmst du einfach weg, arbeitest du noch ein bisschen ein und dann hast du ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Mag ich sehr gerne den Primer. Ist halt auch so ein Hybrid-Ding zwischen Primer und Skincare. Finde ich immer, ehrlich gesagt, ganz schön. Wir haben das Highlight-Produkt aus der Kollektion. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist so eine Puder-Palette. Ist es nicht. Das ist die Catrice Limited Edition Secret Garden Face & Cheek Palette Garden of Dream. Kommt auch hier in so einem schönen, fliederfarbenen Ton. Und das sind alles Creme-Produkte. Das sieht sehr, 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 sehr schön aus. Wir haben einen Blush, zwei verschiedene Highlighter und einen Bronzer. Ich habe das schon bei einer Instagram-Kollegin gesehen. Und das sah ganz, 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 ganz toll aus bei ihr. Und deswegen probiere ich das einmal aus. Ich starte mit... Ne, der ist zu nass, der Pinsel. Ich starte mit dem Bronzer-Ton. Darauf will er immer gar nicht reingehen. Oh, sehr, 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 sehr cremig. Wow. Ich gehe hier einmal rein. Könnte mir vorstellen, dass es schon zu viel ist. Und arbeite mir das einfach mal hier hin. Und das ist sehr pigmentiert. Sehr, sehr cremig. Sehr, sehr wet auf der Haut. Nehme mal einen Schwamm. Mit dem Schwamm gefällt es mir fast noch besser. Dadurch ist es ein bisschen leichter. Das ist ein sehr, sehr warmer Ton. Das muss ich dazu sagen. Also ich swatche ihn mal vielleicht nicht auf meinem Gesicht, sondern auf meiner Hand. Das ist ein sehr warmer Ton. Wenn euch das zu warm ist, probiert das gerne mit so blauen Drops ein bisschen abzukühlen. Das ist eine super, super Sache. Ich freue mich, dass das vielen von euch letztes Mal so gut geholfen hat. Dadurch könnt ihr euch wirklich euren Ton deutlich, deutlich kühler machen für wenig. Weil ich finde, es ist immer so schwierig oder ärgerlich, wenn man etwas findet, was einem sehr, sehr gut gefällt. Von der Textur her, vom Preis her natürlich auch und von der Langlebigkeit. Aber die Farbe vielleicht nicht genau das ist, was man mag. Ich finde das als Bronzer wunderschön. Ich kann mir den aber auch sehr, 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 sehr gut als Kontorprodukt vorstellen. Und mit einem kleinen Tropfen Blau wird das Ganze deutlich, deutlich kühler. Ich habe neulich dazu ein Video gemacht. Ich verlinke euch das mal hier. Da ist es auch verlinkt. Okay, Bronzer, mega. Ich nehme den selben Schwamm jetzt und gehe direkt in den Blush. Der ist von der Textur her nicht ganz so creamy. Es ist auch creamy, aber nicht so nass wie der Blush, der Bronzer-Ton. Es ist ein sehr, sehr intensiver Ton. Deswegen bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtiger und nehme auch die Bronzer-Seite. Dadurch habe ich so ein bisschen Bronzer noch mit drauf. Und stempel das jetzt noch ein bisschen. Geht noch. Und stempel das jetzt mal hier noch so ein bisschen hin. Okay, es ist sehr pigmentiert. Aber auch hier ist ganz verrückt. Die Textur ist super, super weich. Ist auch mit Öl. Die Kombination, ne? Der Blush ist ein bisschen matter als der Bronzer. Passt farblich, wenn man ihn aber so ein bisschen mischt. Sehr, sehr gut. Also ihr seht das. Das geht schon fast jetzt in diese orangene Richtung. Sehr, sehr gut für den Frühling. Bisschen hier auf die Stirn. Dann sehe ich aus, als hätte ich einen kleinen Sonnenbrand. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ich trage jetzt erstmal kurz ein bisschen Concealer auf, bevor ich den Highlighter auftrage. First Impression von dieser Kombination her aber wirklich sehr, sehr gut. Also es hat sich sehr gleichmäßig auf der Haut verteilen lassen. Es sieht sehr frisch auf der Haut aus. Was ich mit sowas halt immer gerne mache, ist, wenn ich mein Make-up schon ein bisschen abgepudert habe, bin ich vorsichtig. Ich habe ja jetzt hier noch so ein bisschen Rest am Schwamm. Und kann dann leicht rüber gehen. Dann gebe ich nochmal ein bisschen Feuchtigkeit rüber. Aber das mache ich kurz, nachdem ich Setting Spray aufgetragen habe und es schon kurz ein bisschen eingezogen ist, dass es nicht mehr nass ist, aber noch feucht genug, dass man wieder mit einem Creme-Produkt draufgehen kann. Dann sieht die ganze Haut einfach allgemein sehr viel frischer aus. Und jetzt seht ihr das Ergebnis auch ein bisschen besser, wenn das unter den Augen ein bisschen heller ist. Ich liebe das. Also dieser Bronzer gefällt mir sehr, sehr gut. Bei diesen Highlightern bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Die sind auch sehr, sehr cremig. Wir haben einen goldenen und einen ein bisschen dunkleren. Denn man sieht doch, man sieht einen leichten Unterschied. Da weiß ich aber immer ehrlich gesagt nicht so, wie ich den auftragen soll. Ich nehme jetzt auch einfach den Schwamm hier. Oh ja. Und blende den da einfach mit rein. Den kann ich mir auch gut vorstellen. Oh ja, warte mal. Leicht unter die Augen. Ganz, ganz leicht. Also wirklich nur mit dem Rest. Oder in die Foundation mit rein. Und dadurch reflektiert das unter den Augen natürlich nochmal. Richtig, richtig krass. Der ist ein bisschen gröber an Highlight, ne? Aber trotzdem cremig unter den Augenbrauen. Ja. Also ich, Tatsache, muss ich dazu sagen. Ich bin offen mit euch. Ich bin kein Freund von Creamy Highlightern. Aber von Creamy Blushes und Bronzern. Ich weiß nicht warum. Ich finde beim Highlighter ist es immer sehr, 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 sehr schwierig, dass man den auch nur dort aufträgt, wo man ihn aufgetragen haben möchte. Aber jetzt, wenn ich das Ganze sete, sieht das Ganze richtig. Sieht ein bisschen aus wie Dieter Bohlen heute. Hier an den Augen kann ich noch ein bisschen highlighten. Ich sehe wirklich aus, als wäre ich aus dem Urlaub, ne? Das ist, das ist krass, was so ein bisschen Selbstbräuner macht. Wir nehmen das Ganze einmal weg. Mit dem restlichen Puder am Pinsel fixiere ich den Rest meines Make-ups und muss sagen, dass mir die Base wahnsinnig gut gefällt heute. Also, sie ist natürlich tannt, sie ist creamy, die Wangen sehen sehr, sehr frisch aus. Ich glaube, dass man die Produkte wirklich gut kombinieren kann mit jeder Foundation. Der Highlighter, wie gesagt, ist mir persönlich ein bisschen zu grob. Ist aber so ein persönliches Ding, ne? Ich bin ja mittlerweile auf Minimal-Highlight oder Blinding und eine besondere Textur. Ja, schon nice. Weiter geht es mit den Lippen und da gibt es zwei verschiedene Kategorien. Wir haben einmal Lippenstifte. Die kommen in einem Papierpackaging in drei verschiedenen Farben. Wir haben einen Ton, der ist so ein bisschen nudiger, ein bisschen natürlicher. Das ist die Farbe Hidden Kiss. Ich mag das Pressing von dem Lippenstift sehr gerne, so ein bisschen geometrisch. Hidden Kiss sieht einmal so aus, ist so ein schöner Rosenholzton. Wir haben ein etwas leuchtenderes Pink, Kiss & Tell. Im Vergleich seht ihr den Unterschied, glaube ich, ein bisschen besser. Oh ja. Und wir haben 03 Little Secret. Little Secret geht so ein bisschen in die Fuchsier-Richtung. Das sind schon sehr intensive Lippenstift-Töne. Der erinnert mich ein bisschen an Pillow Talk, wenn ich ehrlich bin. Das habt ihr jetzt hier einmal schon gesehen. Ich glaube, ich gehe heute mal... Ich zeige euch mal, wie ihr so diese intensiven Farben tragen könnt. Weil ich weiß, dass viele diese Farben immer sehr, sehr gerne mögen, aber sich nicht trauen, die im Alltag zu tragen. Und ich zeige euch einfach eine Möglichkeit, wie einfach und schön das Ganze funktioniert. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Lip Liner, der ein bisschen neutraler ist. Fast schon braun. Ich habe jetzt hier einen von Anastasia Beverly Hills. Das ist einer meiner Liebsten. Das ist die Farbe Deep Tope. So ein richtig schöner, bräunlicher Ton. So, entweder du tupfst den Lippenstift, den du haben möchtest, nur so ein bisschen ins Zentrum. Und misch das Ganze dann. Beides sind matte Texturen. Der Lip Liner und auch der Lippenstift ist matt. Und ihr habt so einen ganz zarten Hauch an Pink. Ich würde jetzt aber noch mehr nehmen. Und das ist immer noch nicht so ganz intensiv wie das hier. Er hat einen Duft. Papaya? Rose vielleicht? Rose? Das ist Rose. Papaya. Aber nicht so intensiv. Also ein ganz, ganz zarter Duft. Riecht ähnlich hier wie bei Cherry. Okay. Lippenstift ist eine matte Textur. Fühlt sich jetzt aber nicht so trocken an. Falls es sich doch zu trocken anfühlen sollte, gibt es auch Lippenöle. In drei verschiedenen Farben. Wir haben einmal so einen richtig, richtig schönen dunklen Rotton. Auch den, ich swatche euch alle dafür, bis ihr gekauft. Da siehst du kaum Farbe, ne? Auf der Hand. Wir haben Lips Don't Lie. Das ist der Rote. True Bloom ist so ein bisschen pinker. Und wir haben eine Farbe, die ich persönlich immer sehr, sehr gerne mag. Das ist dieser Orangeton. Secret Kiss. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied jetzt hier auf meinem Handrücken sehen. Ja, ganz, ganz leicht, ne? Also so ein bisschen Farbe haben die. Ich persönlich würde jetzt einfach mal mit Orange rüber gehen. Die riechen sehr gut. Ein bisschen fruchtig. Der Vorteil von Lippenölen gegenüber Lipglossen ist, dass sie einfach nicht dieses klebrige Finish haben. Aber trotzdem diesen hochglänzenden Effekt auf den Lippen hinterlassen. Und das sieht sehr, 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 sehr schön aus. Auch die Kombination. Und jetzt könnte man natürlich noch ein bisschen mehr Blush benutzen. Ich habe jetzt hier die Lippenstifte. Ich nehme jetzt einfach meinen Schwamm und gehe jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen rüber. Einfach, um noch ein bisschen mehr Farbe reinzubringen. Und das kann man mit diesen matten Texturen noch ein bisschen besser machen, als mit diesen cremigen Texturen. Ich muss dazu sagen, die Kollektion ist definitiv ein Volltreffer. Aber es war kein Produkt dabei, wo ich nicht sagen würde, wirklich sehr gut. Selbst dieser Pinsel, da bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch bei den Pinseln. Grandios. Perfekt für diese Jahreszeit. Ich mag die Lippenöle sehr gerne. Es fühlt sich nicht klebrig an und er zersetzt auch den Lippenstift nicht. Er sorgt nur dafür, dass er so richtig schön angeschmolzen ist. Eine ganz, 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 ganz tolle Kollektion, muss ich wirklich sagen. Ich war ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch, als ich diese Papierlippenstifte gesehen habe und die Lippenöle. Aber ich glaube, das ist genau am Kern der Zeit. Und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.